so hier kommt aus korea namen soldam ganz liebe zartrisch mädchen aber ich dachte so kleine mädchen bekannt dass lernen aber sie hatte ganz bundeslig sponmethoden entdeckung jetzt frei geworden so viele männer und physiotherapeuten sie hatte kindern geiger gespielt darum die finger speech gefühl unheimlich fein zeig mal deine finger so so meine hand so klein aber die haben fein gefühl dadurch kann ganz besonders von methoden weil bis jetzt video film zeigen dass männliche kraft dadurch starke menschen kraft aber spon ist nicht nur kraft sondern haut nerven defekt muss rauszucken da brauchte unheimlich feine finger gefühl so wie geht es dir jetzt deine wesentlich besser besser sie sie kann besser ja sie kann besser ja ja da war toll zeigst mal deine finger bei der bach magst du 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 de temperatom eszo wurden und und dann haben das kindern dann so chili so pibu mit ee 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 de spierendidatsch Gesundheit, Krankheit, Elastik und Härtung oder Ödema unterscheiden. Dann Rechtsknie, linksknie vergleichen mit Finger. Dann unterschiedlich findet man das. Und dann schnügelig, auf den Schmutzschrank. Also, wenn man die Schmutzschrank hat, dann schmerzt man das. Dann schnügelig nach dem Schmutzschrank. Dann schnügelig nach dem Schmutzschrank. Das dauert länger, aber muss man sich nicht füllen. So, knübehegung, schnügelig, schnügelig. Wie geht es, Madame? Super, besser. Viel besser, ne? Ja. So kleine Finger kann auch gut helfen, ne? Sie hilft gut, sehr, sehr gut. Ja. Der Lobenzine, ne? Ja. Jörgke, der kleine Finger, aber feine Gefühl. Darum, sie kann so gut orientieren, die Heilung Prozess. Man denkt viel Theorie, Ahnung. Nein. Dieser KSS ist 70% Praxis. Ohne Theorie trotzdem praktisieren kann, dann kann man gut helfen. Dafür, heute Spawn, das Finger-Spitch-Gefühl. Und so ziemlich kleine Frau kann auch so gut helfen. Ja. Ja, das ist fein, ne? Heute, die war schon zwei, dritte Mal? Heute dritte Mal, aber ich war beim ersten Mal schon total begeistert. Sie hat sehr, sehr gut gearbeitet. Toll, toll. So eine feine Gefühl, die machen Sie, die Frau, bunterschöne Erfolg. Danke dir. Hast du auch viel Spaß gelernt? Wie lange schon? Wie lange schon? Wie lange schon? Ja, sechs Wochen? Ja, sechs Wochen. Okay, sechs Wochen. Wie lerntest du sechs Wochen? Ja. Interessant? Wie lange schon? Ja? Nee. Ja. Viel Interessant. Von sechs Wochen gelernt. Sie kann schon gut umgehen können. Ja, macht das. Das schön. Danke dir. Ja. Ja.